was ganz anderes es gibt verschiedene quellen die sagen es hat und auch du sagst mal auf der feinstofflichen ebene oder auf den feinstofflichen ebene hat es einen durchbruch gegeben hat kürzlich einen besonders großen und ob du das bestätigen kannst was heißt kürzlich also nicht in den letzten 10.000 jahren oder so natürlich von ganz weit betrachtet ist es auch sehr kürzlich aber ich sage jetzt mal in den letzten monaten letzten jahr so also ich weiß jetzt nicht was der mensch meint also von wasser genau spricht mit durchbruch das kann ja vieles sein darum weiß ich jetzt auch nicht ob ich das wahrgenommen habe was er mal also es war von von dem wo du auch die artikel liest also bei dem weiss ich eben auch nicht ob das was ich war also ich nehme schon energetisch war dass das schon etwas unlichtes nicht mehr hier ist was früher ja gewesen war und auch gewisse gruppen haben nicht mehr die energetische kraft die sie früher hatten und was in den letzten jahren habe ich das schon bemerkt dass das einiges aufgelöst wurde und in den letzten monaten eigentlich auch also von dem her habe ich ich habe schon was wahrgenommen aber ich weiß halt nicht ob das jetzt das ist das aber du hast ja auch mal davon gesprochen dass es sich es ist ja es transformiert sich ja alles von den feinstofflichen ebnen in die grobstofflichen ebnen und dass es manchmal eben etwas gibt dass es in der feinstofflichen ebene schon gelöst ist aber dass dann eben alles sich konzentriert auf die physische ebene also auf einer gewissen feinstofflichen ebene haben die lichtkräfte ja gewonnen und also so über der erde und unter der erde ist schon viel mehr gereinigt dass früher also da gibt es dinge die liefen vor zehn jahren noch herum die gibt es jetzt nicht mehr und und das ist schon positiv und das ist für mich auch so ein beweis dass das wir wirklich in eine schöne zukunft am ende gehen wenn das jetzt umgekehrt wäre und es würde energetisch immer schlimmer werden dann wäre es eher weniger gut aber weil es ja energetisch gereinigt wird kann das darum aus meiner sicht nur in eine schönere zukunft gehen aber auf der ebene auf der wir leben die ist sozusagen die letzte ebene die überhaupt das mitbekommt dass etwas gereinigt wird und die und die unlichte menschen und wesen die hier sind die bleiben zumindest aus meiner sicht auch am längsten und das ist halt wenn die merken dass weiter oben ihre führung verschwunden ist dann haben die halt das gefühl sie müssen ihre pläne beschleunigen damit sie damit doch irgendwie noch durchkommen und darum ist es ja jetzt so dass viele pläne die die unlichten haben dass die wir schneller umgesetzt werden und teilweise reden diese menschen ja auch ganz klar davon dass sie das beschleunigen also ist ja alles ganz nett getarnt aber sie reden davon dass sie das beschleunigen und auch wenn das für die menschen die dann davon betroffen sind nicht wirklich toll ist ist es trotzdem ein zeichen dass sie nicht mehr in in dieser macht sind die sie mal früher hatten und dass sie schlussendlich hier verschwinden werden weil wenn sie sich feinstofflich auflösen dann manifestiert sich das irgendwann runter und wie dieser übergang ist wie seltsam da wird und was da alles passiert das hängt ja mit uns menschen zusammen wir sind den dingen die passieren ja nicht einfach ausgeliefert das kommt uns vielleicht manchmal so vor aber eigentlich hängt es mit dem kollektiv zusammen was passiert oder zumindest gewissen die hängen damit zusammen und theoretisch könnte der übergang ganz schnell und ganz einfach sein wenn genug menschen aufwachen und sonst wird es ein bisschen seltsam aber es geht dann schlussendlich auch es kommt halt eben sehr auf uns auch drauf an